Hey Leute, der Parteitag der Demokraten und damit die Krönung von Hillary Clinton ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ich finde, ihr solltet noch eine Rede gesehen haben, nämlich die von John Allen. Das ist ein ehemaliger Vier-Sterne-General des US-Militärs und der hat kurz bevor Hillary Clinton ihre Rede am Donnerstag gehalten hat, selbst eine Rede gehalten und das war an Militarismus nicht zu toppen. Mir hat diese Rede Angst gemacht. Der Mann spricht davon, dass Amerika die beste und geilste Nation der ganzen Welt ist. Wir sind das größte Land auf diesem Planeten. Er spricht vom Bösen. Wir werden die Tyrrhne oppozen und die Tyrrhne oppozen und wir werden das Bösen befreitern. Und er spricht davon, dass jeder, der Amerika im Weg steht, vor Amerika Angst haben muss. Ihr werdet uns befreien. Diese Rede ist die militaristischste Rede, die ich in allen Parteitagen, ob nun Republikaner oder Demokraten, gesehen habe und die sollt ihr auch sehen. Ich habe sie mal auf drei Minuten runtergekürzt. Die ganze Rede ging acht Minuten. Viel Spaß. Für wir sind, wir sind die größte Land auf diesem Planeten. Wir glauben, in ihre Vision, an Amerika als ein just und starkes Lieder gegen die forcesen von Halt, die forcesen von Chaos und Schmerz. Wir wissen, dass sie, als keine andere, weiß, wie alle Instrumente der amerikanischen Kraft, nicht nur die Militärin, um uns alle sicher und frei zu halten. Ich sage Ihnen, ohne Hesitation oder Reservation, dass Hillary Clinton wird genau, genau die kind der Commander-in-Chief die Amerika braucht. Mit ihr als unsere Commander-in-Chief, Amerika wird weitergehen, diese Volatil-Welt. Wir werden opposieren und resisten tyranny, und wir werden die Schmerz. als wir EU-Chief zu halten. Isis and protect the homeland our our armed forces will be stronger they will have the finest weapons the greatest equipment they will have the support of the American people you and the American military will continue to be will continue to be the shining example of America at our very best with Hillary Clinton as our commander-in-chief the United States will continue to be that indispensable transformational power in the world to our allies and to our friends and partners listen closely we are with you America will not abandon you to those to those acting against peace acting against civilization in the world order we will oppose you and to our enemies to our enemies we will pursue you as only America can you will fear us and to Isis and others we will defeat you we must seize this moment to elect Hillary Clinton as president of the United States of America thank you and God bless you and God bless America I know a lot of people want to send blankets or water just send your cash